Hallo Leute, heute gibt es wieder mal eine neue Folge im Bikehaus. Ich sage mal meine erste Ausfahrt 2022. Jetzt aber noch ein bisschen mehr. Soll es wieder ein paar Tage. Schon mal die Uhr. Jetzt bin ich schon mal. Soll es wieder ein paar Tage. Ich kann es wieder ein paar Tage machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.